Carnage und Venom kommen als Collectible auf die VW App und ich zeige dir, wie du das Gesamte craften kannst. Außerdem sprechen wir über Scams, die momentan per E-Mail rumgehen. Außerdem schauen wir uns doch das Comic an, was wir in der kommenden Woche sehen werden. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Starten würde ich ganz gerne mit dem ersten und auch wichtigsten Punkt meiner Meinung nach und zwar nämlich Scams. Denn es gehen momentan per E-Mail eine Menge, Menge Scam-Mails rum, wie zum Beispiel diese hier, wo einem versprochen wird, hey, du hast hier ein Pre-Drop-Ereignis für den Carnage und du kannst das Ganze jetzt hier dir schon mal sichern, bevor der Drop-Ereignis stattfindet. Das Ganze ist natürlich ein Scam. Bitte ignoriert solche Mails auf jeden Fall und am besten postet die irgendwie auf Twitter oder sowas und warnt damit auch andere. Ein weiteres Beispiel, zum Beispiel auch zu Omi hier, ist zu Omi Reward Season Nummer 2. Hier wurde dann sozusagen auch angepriesen, ja, du kannst denn hier Omis claimen und so weiter und so fort. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, deswegen hier unbedingt sehr, sehr aufmerksam sein. Diese E-Mails sehen verdammt echt aus, muss ich sagen. Schaut immer unbedingt auf den Provider, von wem das Ganze kommt und sichert euch so unbedingt ab. Kommen wir nun aber zu einer sehr coolen Sache und zwar nämlich Venom und auch Carnage. Diese beiden werden jetzt heute am Sonntag möglich sein zu craften und man muss wirklich sagen, wenn man sich hier diese Bilder anschaut zu den Previews, die sehen einfach verdammt, verdammt gut aus. Und auch der Venom sieht einfach mega gut aus. Natürlich ist das Ganze Geschmackssache, wie er hier aussieht, aber dennoch, ich finde, die Collectibles sind auf jeden Fall sehr gelungen und das Warten hat sich definitiv gelohnt. Wie kann man jetzt aber nun diese Collectibles craften? Darauf gehe ich jetzt ein. Das Ganze wird heute möglich sein, um 17. in deutscher Zeit zu craften. Ich denke mal, wenn das Video rauskommt, wird das auch schon möglich sein. Jedenfalls, wir haben es gerade schon gesehen, wie da wenn man am Eimer aussieht und ihr braucht zum Craften folgende Dinge. Und zwar nämlich die Venomized Mighties, in diesem Fall den Iron Man, den Hawkeye, den Magneto und auch den Blob. Jedenfalls für den Venom hier. Das Ganze wird einen Listenpreis von 30 Dollar haben. Ich denke mal, das ist der Craft-Preis. Sie haben sich hier wohl verschrieben. Und genau, ansonsten wird das Ganze hier ein Craft-to-Purchase sein. Das heißt, ihr werdet das Ganze nur in Kombination mit denen und den 30 Dollar dann bekommen können. Das Ganze wird außerdem eine First Appearance natürlich sein und eine Ultra-Rare. Die First Public Mint wird die 41 sein. Und das ganze Crafting wird am 14. Juli closen. Das heißt, insgesamt zwei Wochen werdet ihr jetzt Zeit haben, hier das ganze Collectible zu craften. Insgesamt 90 Editions werden zurückgehalten. Ansonsten alles ziemlich standardmäßig. Die Collectibles übrigens, die ihr hier verwenden müsst, also die Mighties, diese werden nicht geburned. Dementsprechend ihr behaltet die und müsst im Prinzip nur 30 Dollar für den Venom zahlen. Das Gleiche gilt natürlich auch nochmal für den Carnage. Auch hier haben wir zwei Wochen Zeit, das Gesamte zu craften. Auch hier das Collectible sehr, sehr cool. Der Listenpreis auch hier bei 30 Dollar und die Edition zahlen natürlich auch hier gleich. So wie beim Venom von 1111 Stück. Auch eine Ultra-Rare. Und auch hier brauchen wir natürlich Mighties. Einmal den Venomized Falcon, die Venomized Scarlet Witch, Venomized Beast und Venomized Storm. Ohne diese Collectibles funktioniert das nicht. Achtet unbedingt darauf, dass ihr das auch immer passend hier zu einem Collectible habt. Und nicht aus Versehen irgendwie zwei für den Venom und euch dann wundert, warum das nicht funktioniert. Das müssen wirklich genau diese Collectibles sein. Schreibt mir außerdem hierzu mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Wie fandet ihr insgesamt dieses gesamte Event jetzt hier rund um Carnage und auch Venom? Das Ganze zieht sich jetzt ja schon wirklich über einige Monate. Und gebt mir gerne mal eure Rückmeldung, ob ihr hier mitgemacht habt beim Craften oder nicht. Kommen wir zum nächsten Marble Comic. Und das ist hier A Force Hashtag 1 aus dem Jahre 2015. Und das Ganze wird hier am 2. Juli um 17. Deuter Zeit wie immer droppen. Das Ganze also am Dienstag. Wir werden hier natürlich wie immer eine Limited Edition sehen mit 5 Covern. Das Ganze hier mit relativ coolen Rare und auch Ultra-Rare Covern. Und auch die Secret Rare gefällt mir dieses Mal relativ gut. Wir haben hier außerdem die First Appearance of A Force. Und außerdem haben wir einen Listenpreis von 7 Dollar. Eine Editionzahl von 6000 Stück. Und man kann hier natürlich wie immer MCP Priority Building von 5000 Punkten machen. Ich denke aber nicht, dass das vonnöten sein wird, da dieses Comic ja auch nicht so high-valued ist. Jedenfalls bei GoCollect. Wir haben hier insgesamt einen 9.8 mit 1100 Grades bei gerade mal 50 Dollar. Das ist also nicht allzu viel gegebenenfalls. Kann vielleicht nochmal ein bisschen mit der Story passieren. Aber für mich persönlich ist das definitiv kein Drop, den ich mitnehmen werde. Kommen wir nun zum OMI-Token. Die Season 2 wird dieses Mal enden. Und es scheint so, als wenn es dieses Mal auch keinen Airdrop oder sonstige Sachen gibt. We are progressing well in the integration of OMI to NFT and look forward to providing more information as it becomes available. Das hört sich für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so an, als wenn das jetzt nächste Woche kommen wird. Wir haben diesen Spruch schon öfter gehört, dass sie mehr releasen werden an Informationen, wenn es wirklich kommen wird. Ich gehe aber tatsächlich davon aus, dass wir eigentlich das Ganze wirklich in Q3 sehen sollten. Ich bin ja eigentlich von Q2 ausgegangen. Wir haben es jetzt gesehen, es ist nichts gekommen. Deswegen, meiner Meinung nach, sollte das definitiv eigentlich allerspätestens jetzt in Q3 kommen. Soll es in Q4 kommen, wäre es natürlich auch noch gut. Aber ich denke mal, so jetzt Q3, Q4 muss es eigentlich kommen. Also wenn es erst 2025 kommt, dann wäre ich auch ein bisschen enttäuscht. Weil ich denke mal, das Timing sollte doch jetzt auch in Q3 und Q4 insgesamt mit dem Bullenmarkt doch relativ gut hinhauen. Und wenn wir gerade schon beim OMI-Token sind, würde ich sagen, schauen wir nochmal ganz kurz auf den Chart dafür. Wir sind jetzt hier momentan im Daily Chart. Wir haben uns hier, trotz dessen, dass wir mehrfach absorbiert wurden von dieser Zone hier aus, es doch noch geschafft, hier uns langsam, aber sicher hochzuarbeiten. Jetzt wird es auf jeden Fall interessant, ob wir es hier schaffen, über diese Zone, beziehungsweise diese Resistance jetzt hier uns hochzuangeln und diese Welt als Support zu nutzen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Hier die erste Reaktion zeigt auf jeden Fall erstmal Ablehnung. Dennoch sollte man hier abwarten, solange wir den Kurs nicht wieder hier unten sehen, sollte das auf jeden Fall bullisch sein. Und das war es an dieser Stelle auch wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, dir da draußen hat das gesamte Video gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Morgenmittagenden Abend. Und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.